Wie es aussieht, wurde gestern die weltweit größte Live-Streaming-Plattform Twitch von ein paar Hackern in den Ausch gefickt. Und wenn ich sage in den Ausch gefickt, dann meine ich wirklich richtig hart. Denn diese Hacker haben auf der Plattform 4chan-Owner gepostet mit der Größe von mehreren hundert Gigabyte. Also wir können uns auf Part 2 der Netflix-Serie, wie wir Twitch in den Ausch gefickt haben, gespannt sein. Und was ich wirklich traurig finde, von all diesen Daten, die gepostet wurden, haben die Leute alle anderen Daten einfach in den Müll geworfen und einfach nur auf die Einnahmen von Twitch-Streamern geschaut. Die Einnahmen von Streamern wurden nämlich unter anderem auch noch gepostet und oh Junge, da gab es viel Aufstand. Jetzt will ich euch mal was fragen. Was glaubt ihr, verdienen Twitch-Streamer? Denn wie es aussieht, denken viele, dass Twitch-Streamer das Ganze ehrenamtlich machen, dass sie dafür kein Geld bekommen. Denn Sportler verdienen sehr viel Geld, Sänger, Schauspieler. Aber aus irgendeinem Grund glauben die Leute, dass auf der weltweit größten Live-Streaming-Plattform Twitch die weltweit größten Streamer kein Geld verdienen. Und das Traurige auch noch bei diesem Hack war, dass diese Daten die ganze Zeit schon öffentlich waren. Man hätte sich jederzeit berechnen können, was Twitch-Streamer verdienen. Und zwar, ich sage euch jetzt wie. Man nimmt einfach die Abozahl von einem Streamer, multipliziert sie mal drei, weil Twitch auch noch einen Cut davon nimmt. Und dann hat man auch schon pro Monat einen fertigen Betrag von Geld, was die kriegen. Also finde ich das wirklich lustig, dass einfach, obwohl diese Informationen schon die ganze Zeit zugänglich waren, jetzt Leute ausrasten, weil Twitch-Streamer so viel Geld verdienen. Zum Beispiel XQC hat vom August 2019 bis Oktober 2021 8,5 Millionen Dollar auf Twitch verdient. Aber soll ich euch was verraten? Die Beträge, was bei diesem Leak dabei waren, stimmen nicht. Denn die eigentlichen Einnahmen sind viel höher. Denn ihr müsst euch jetzt vorstellen, bei diesen Einnahmen werden Subs gezählt und Werbeeinnahmen von Twitch. Das bedeutet, es werden keine Sponsoren gezählt, es werden keine Spenden gezählt, weil diese nicht über Twitch laufen. Und viele Streamer haben auch noch Verträge mit Twitch. Und unsere aller Lieblingsplattform Ingame hat natürlich schon gleich zwei Stunden danach einen Artikel veröffentlicht, wo sie natürlich gleich mal wieder die Top-Einnahmen von den Twitch-Streamern gepostet haben. Und wie gesagt, verstehe ich einfach nicht, warum sich Leute drüber aufregen, dass Streamer so viel Geld verdienen. Was ich aber wieder ein bisschen scheiße finde, ist, dass Logindaten von großen Twitch-Streamern veröffentlicht worden sind. Twitch hat natürlich danach gleich einem Meme-User eine Meldung geschickt, dass sie bitte der Passwort ändern sollen, was ich natürlich auch gemacht habe. Und ich freue mich auf jeden Fall schon auf den zweiten Twitch-Leak, weil ich glaube, da kommt noch viel auf uns zu. Mich würde es nicht wundern, wenn bei Teil 2 vom Leak einfach Newt von Jeff Bezos gefunden werden. Das wäre mal eine lustige Abwechslung. Auf jeden Fall, das ist alles, was es zu sagen gibt. Peace.